Die Revolution, substantiv, feminin, auf radikale Veränderung der bestehenden politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse ausgerichteter, gewaltsamer Umsturz. Beispiele Die französische Revolution, eine Revolution bricht aus, die Revolution bricht zusammen, eine Revolution beenden, die industrielle Revolution, die wirtschaftliche Umwälzung durch den Übergang von der Manufaktur zur Großindustrie. Alle Revolutionen haben bisher nur eines bewiesen, nämlich, dass sich vieles ändern lässt, bloß nicht die Menschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Zeig mir, was du wirklich drauf hast. 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 Ichцу dich mir, was du also drauf hast. Zeig mir, was du einfach. Ich bin, was du mit dem ZDF- shadeslatar. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018